Hi, schön, dass er wieder eingeschaltet hat. Heute gucken wir uns an, wie wir in den Aktivitäten den Hintergrund auf schwarz oder auf weiß stellen können. Ich zum Beispiel bevorzuge den schwarzen Hintergrund. Und es ist ein bisschen versteckt in den Einstellungen, deswegen findet man es vielleicht nicht immer. Also ihr geht im Prinzip auf die Aktivität, die ihr bearbeitet möchtet. Haltet die mittlere Taste gedrückt. Dann kommt ihr in die Laufeinstellungen, die bestätigt ihr. Trainingsseiten. Ihr seht, bei mir ist jetzt der Hintergrund auf schwarz gestellt. Und das findet ihr, wenn ihr hier schön weiter runter geht, ganz ziemlich unten. Und da Hintergrundfarbe. Und hier könnt ihr schwarz oder weiß wählen. Also wie gesagt, ich persönlich bevorzuge die schwarze Ansicht. Und finde einfach, man kann es halt besser sehen in der Aktivität selber. Das könnt ihr für jede Aktivität machen, wie ihr möchtet. Manche Sachen, wie zum Beispiel hier die Karte, die seht ihr, die hat natürlich dann keinen schwarzen Hintergrund. Aber zum größten Teil wird alles umgestellt. So, ich hoffe, der kleine Tipp hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen hoch. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.